Moin Moin, willkommen zurück zu einer Weiberrunde von Legion DD2 im 4 gegen 4 Classic Mode. Tower Defense ist diesmal dran. Wir könnten als Champion reingehen, wir können als Burg reingehen. Wir nehmen die Burg. Willkommen zu Nova. Ja, genau. Wir könnten bittige Einheiten drüben hinstellen, indem wir die Knochenkrieger dahin ballern. Auf die eine Seite. Die Archer sind natürlich richtig fett. Hm. Die sind auch richtig fett. Ich nehme das so. Sehr stichlastig diesmal. Ich muss gucken, wir müssen Platz lassen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Auf jeden Fall so. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Platz lassen. So, Irage ist mit dabei. Wir zocken zu zweit. Easy abgewehrt. So muss es sein. Und dann können wir ja hier schon anfangen mit zwei von denen. Beziehungsweise würde ich den noch ein bisschen nach hinten stellen. Damit mein Albtraum auch angreifen kann. Aber das ist schon super strong. Aber das ist schon super strong. Dann müssen wir mal ein Robo reinschicken. Das schaffe ich sogar easy, weil der Metzger so lange braucht. Kommt der Robo mit rein. Ja, so sieht es gut aus. Es gibt sogar den Vampir. Das heißt, wir können ihn nochmal richtig fett verstärken. Und sie auch. Naja, ganz vergessen, die Fernkämpfer werden zu nah kämpft worden. Bei den Einheiten, die man reinschickt. Aber wenn ich den Eirsacke platzt kriege, wäre das schon geil. Das sieht sehr gut aus. Ja. Reingekackt. Sehr gut. Gatling Gunn ist natürlich im Tower Defense Modus auch richtig stark. Jetzt können wir hier drüben auf die Seite locker die Archer packen. Jetzt gucken wir, dass wir die noch ein bisschen mit abholen. Die haben ja eine übelste Reichweite jetzt, die Archer. Er kann über das ganze Feld schießen. Die hat nur eine Verstärkung bekommen. Die hat nur eine Verstärkung bekommen. So näher ran würde ich es nicht unbedingt machen. Mehr so in die andere Richtung. Das heißt vielleicht so. Sollte ausreichen. Auf sieben können wir nochmal gut schicken. Ja, die V3 wird nicht down gehen. Ruhig verkacke. Die V3 wird nicht down gehen, weil die kann sich ja sowieso nochmal teilen, auch wenn sie jetzt zerstört werden wird. Die platzieren wir mal ein bisschen weiter mittig, damit er optimal schießen kann. Und das sind so meine billigen Einheiten, die dann die ganze Wave abwehren. Wie geschrieben kommt ein Pyro-Schwadron zusammen. Oh, die gehen zuerst auf ihn. Das ist ungünstig. Das habe ich ja gar nicht bedacht. So, schicken Unholt rein. Unholt sollte eine gute Variante sein. Wir können natürlich noch ein platzieren, einfach. Ganz entspannt. Dann machen wir noch ein Turtel rein. Den King noch gar nicht aufgewertet. Ich habe jetzt die ganze Zeit reingeschickt. Das macht halt auch Sinn, da. Was kommt vielleicht durch? Sieht gut aus. Ja, sehr schön. Wie bleibe ich dabei? Ich schicke noch Unholt. So, wir können auf jeden Fall erstmal einen Blocker noch holen. Könnten hier einen zweiten Albtraum noch dazu packen. Das klingt doch gut. So, ich schicke mir jetzt nochmal mit rein und dann gehe ich auf den King. Okay. Hat der Kanonenschütz hingeschickt. Wahrscheinlich der Autosend. Wasser und Pyro. Okay, jetzt ist es egal, was ich schicke. Wir können auch nichts verbessern. Ich werde auf jeden Fall hier ein paar Bonecrusher hinbauen, wenn mir das alles ein bisschen verteilt wird und die noch ein bisschen abwehren können und tanken können. Wir sind halt alle Fernkämpfer, von daher ist die Welle ein bisschen härter als der Rest. Aber vollkommen einfach geschafft. Gar kein Problem. Kanonschütze. So, jetzt können wir was aufwerten. Das ist wichtig. Daphne hätte man auch theoretisch machen können. Und dann mache ich hier einfach den Vampir rein. Kampfnaben bringt hier gar nichts. Kampfnaben ist hier irgendwie kacke. Den Vampir packe ich hier rein, dann heilen die sich nochmal mega hoch. Heilige Räscherin dazu. Und dann sieht das gut aus. Scheiße, das ist rübergekommen. Weil der Drachan den davor liegt weggemacht hat. Ach du Kackers. Den ganz schön durchgelassen. Ich will sie aber auch nicht drauf ankommen lassen. Auf, äh. Da haben wir dann eine Kanonschütze reinpackt. Das will ich gar nicht. Ähm. Werden ihn schon mal verbessern. Dann hole ich den Blocker. Dann hole ich den Blocker. Ich habe immer Geld für den Schuriken. Hehehe. So, mal gucken. Stichschaden ist gut. Er hat keins. Also wenn ich nächste Runde was rein schicke. Von meinen, von meinen Einheiten wäre das gut. Ich lasse die Hammer aufwärten. Das sieht gut aus. Sehr schön. Jetzt können wir hier mal ein bisschen aufwerten. Stich ist gut, ne? Bisschen Magieschaden wäre noch nicht verkehrt. Die Wichtel kriege ich noch ein. Der Stich hat er bis jetzt nur den APS. Ah, okay. Käfig der Schmerzen noch. Ah, die Pyros haben ordentlich rein mit dem Fläschenschaden. Hat leider nicht gereicht. Aber 15 oder so wird es gut. Törtel ist immer mit rein. Heilige Rächerin und Worker. Die ist auch richtig gut, wenn die zum Angreifen kommt die ganze Zeit. Ah, das ist nicht nur eine überkrasse Reichweite. Ich oben noch einen hinstelle. Dann kann die gerade mal hier so ein bisschen kloppen. Das geht. Okay, das ist maximal. Die Pyros sind halt hier immer noch fett. Gerade im Tau-Defense-Modus. Wo die eine mega krasse Reichweite haben. Weil alles Nahkämpfer sind. Wir sind gierig. Wir holen ganz viele Worker. Wir könnten hier eine gute Aufwertung machen. noch eine Daphne. Ja. Sollte reichen. noch eine Mimic rein. Oh, hier war Mimic auch übelst gut bei den Teilen. Da könnt ihr mir auch einschicken. Wurde viel Geld für die hin. Wir haben keine Verteidigung. Die hauen ordentlich rein. Jawoll. Wir haben den Geld. Sehr schön. Da schicke ich für nächste Runde gleich noch einen rein. Machen wir noch einen Dino. Wo manchen Schaden habe ich gar nicht so viel. Aber da werde ich hier ein bisschen aufbauen. Ich verkaufe jetzt einen, damit ich noch einen Worker holen kann. Ich brauche mehr Worker. Mehr! Ja, krieg schon mit mir rein. Hoffentlich ganz entspannt. Machen wir noch eine Schnecke dazu und gut. Oh, der Dicke ist rübergekommen. Kacke. Muss ich rechts ein bisschen mehr verstärken. Alles in die Worker setzen. Ah, hat diesmal nicht so funktioniert. 68 Worker haben wir schon mal. Stichschaden aufwerten. Machen wir das so. Weil ich will auf jeden Fall, dass sie rechts bleiben und sich nicht überdrücken. das könnte ich gar nicht gebrauchen. Auf 17 kann ich nochmal Dicke schicken. Keine Verteidigung. Autos sind gemacht. Drachen. Ah, alles entspannt. Die sind zwar leider rübergekommen, aber es sieht gut aus für mich. Ein bisschen Magieschaden ist nicht schlecht. Aber ich brauche gar nicht so viel. Ich haue ein Oger rein. Zwei Turtles als Magieschaden reichen auch vollkommen aus. So. Das sollte reichen. 300 kriege ich noch zusammen. Das ist gut. Den hauen wir rein. Dann noch 60, 70 so um die Drähe. Machen wir noch Turtles. Da haben wir noch ein bisschen Magieschaden mit drin. Ja, Karne Verteidigung bringt sehr viel gegen seine Büros. Das haben wir auch easy geschafft. Nö. Auf 20? Wer geht denn auf 20? Geht man auf 20? Nö. Oder? Geht man auf 20? Nö. Nö. Ne So, ich würde sie den Save vorschlagen. Dass wir dann keine Wirkung mehr holen, sondern uns bereit machen. Nee, die kommen nicht ran. Jawoll, reingekackt. Die Kankanonen sind schon fett. So, jetzt platzieren wir die auf jeden Fall noch. Dann haben wir hier maximal ausgesorgt. Können wir noch mit Daphne aufrüsten. Die nächsten Runden. Da steht noch ein kleiner, den müssen wir upgraden. So, was können wir schicken? Hier ist Akkante Verteidigung. Natürliche Verteidigung. Im Wechsel. Natürliche Verteidigung. Verstärkte Verteidigung. Verstärkte Verteidigung. Also Ogon mit rein. Ja, Schamane und so bringt halt nix, weil die dann halt Nahkämpfer sind. Ne, wir werden jetzt nur noch mit mit Daphne und sowas aufrüsten. Das macht am meisten Sinn. Weiß ich nicht, steht vielleicht zu nah dran. So, schüchtern die Ecke noch einen hin. Und gut. Die sammeln jetzt auch. Also wir könnten auf 22 gehen. Dann sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Wurde ich jetzt mal so sagen. So, wie gesagt, wir haben Ogo dann rein. Wir werden mal ein bisschen upgraden. Wir könnten einfach hier die mal upgraden. Damit die länger halten. Das glaube ich keine schlechte Idee. aber so nahe kampf marke oder so zu schicken es macht halt wirklich null sinn also meistens man tragen sind die haben aufprall schaden am akkan verteidigung ich muss da nur noch ein bisschen magie irgendwie rein quetschen acht kragen sind schon mal drin das ist mega fett die sind auch so dick die könnten an der seite durch quetschen dann halt noch ein paar wichtig 2 krieg ich noch ein also jetzt krieg ich noch ein rein machen wir uns hört und rein ein bisschen magischen schaden zu durchsprechen können 2100 hier haben die upgrades die waren wirklich wichtig es war genau richtig die aufzuwerten sind wie sich an der seite durchgequetscht ja meine kraft war alles weg da steht noch einer alles weggeprügelt alles raus ich bin auch gleich weg also noch ein bisschen länger gehalten ja gewonnen geile runde sehr schön das war's für heute mit einer weiteren legion ich habe auch gern bei anderen videos vorbei zum beispiel hier da gab es giga merks ansonsten lasst gern abo ein like da wenn ihr mehr von diesen sehen wollt bis dahin entspannt macht's gut bis zum nächsten mal ciao